Auf diesen Neuzugang haben die Fans schon gewartet. Endlich kommt Majas Schwester und Selinas Tochter Konstanze nach Bichelheim. Konstanze, die als ehrgeizige Juristin Karriere macht, möchte mit ihrer Mutter einen beruflichen Erfolg feiern. Zu Maja hat sie allerdings ein sehr frostiges Verhältnis, da deren Leistungen ihrer Meinung nach immer bevorzugt wurden. Gespielt wird Konstanze von Thalheim von Sophia Schiller. Sie sagt über ihre Figur, Aufgrund ihrer Intelligenz kann Konstanze blitzschnell die Argumente anderer aushebeln oder untermauern, sofern es ihren Zwecken dient. Dadurch wirkt sie zwar oft rücksichtslos, doch sie hat eigentlich ein großes Herz und eine verletzliche Seite, die sie nur selten zeigt. Sophia ist eine Newcomerin, die bisher hauptsächlich am Theater zu sehen war. In der Serie Der Pass konnte sie schon TV-Erfahrungen sammeln. Ob Konstanze eine größere Rolle einnehmen wird? Schließlich fällt ihre Ankunft Ende September 2021 mit dem üblichen Ende der Staffel zusammen. Es wurde schon mehrfach spekuliert, dass die Schwester von Maja nach ihr die Traumfrau der neuen Staffel werden könnte. Schließlich wurde ihr Name schon häufig in der Serie erwähnt. Ob das tatsächlich so ist, erfahren wir wahrscheinlich ab Ende September immer montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020